Mein Name ist Dr. Günther Beck und ich bin gemeinsam mit Markus Huber, Gründer und Geschäftsführer der Vitaminerei. Und uns beiden ist es ein Anliegen, dass wir für euch da sind, für eure Fragen da sind, für eure Anliegen, für euer Feedback zur Vitaminerei, zu unseren Produkten. Und deswegen bieten wir euch an, dass ihr euch bei dieser Telefonnummer meldet. Wir rufen euch zurück oder können natürlich Rede und Antwort stehen, auch über Kontaktaufnahme, über die E-Mail-Adresse. Also keine Scheu, wir sind wirklich für euch da. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass ihr da ein Vertrauen zu uns bekommt, ein Vertrauen zu unserer Firma. Und deswegen wollen wir euch dieses Angebot noch einmal darstellen. Und wir würden uns freuen über eine Kontaktaufnahme und über einen konstruktiven Regenaustausch.